Karin Magnussen ist kanadische Meisterin, nach der Pflicht auf Platz 7. Sie ist 17 Jahre alt und kommt aus Vancouver. Achtel-Doppel-Retzerker. Doppel-Retzerker. 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 Applaus Meine Damen und Herren, wir dürfen uns mit erfreuen, dass Karin Magnussen eine so großartige Türläuferin ist, denn es haben zwei Österreicher dazu beigetragen, sie zu dieser großen Läuferin zu machen. Sie war nämlich Schülerin von Helmut May, später von Edi Rader und wurde erst vor ein paar Jahren von Frau Linda Brauchmann übernommen. Sie hat also fast eine fertige Läuferin in die Hand bekommen. Da ist sie mit ihrer Trainerin im Bitz. Karin Magnussen war vor zwei Jahren Teamster bei der Weltmeisterschaft. Voriges Jahr musste sie pautieren, weil sie eine schwere Knieverletzung hatte und sie wurde in Colorado sogar mit einem Rollwagen herumgeführt. Und man hat eigentlich geglaubt, dass sie sich nicht so rasch von dieser Verletzung erholen wird. Aber sie ist ganz da wieder. Sie ist genauso, wie sie vor zwei Jahren gezeigt hat, was sie kann. Sie hat nichts eingefüßt. Sie ist eher besser und reifer geworden. Für den Inhalt 5,7, 5,7, 5,8, 5,7, 5,9, 5,8 und 5,7. 5,7, 5,7, 5,7, 5,7, 5,7, 5,7, 5,8 und für die Ausführung 5,7, 5,7, 5,7, 5,7. 5,7, 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 5